Ja Leute, Bart ist auf jeden Fall gerade am Kotzen, aber wir würden schon mal loslegen. Jetzt ist mein Game schon wieder gequasht. Du, was für eine Koffe nie war's. Das ist ein Mindgame. Ich würde jetzt eine Anmod machen wollen. Also, herzlich willkommen zu den Fäkalien schlabbernden Freischwimmern, alla. Ich bin jetzt auch wieder am Start. Die letzten Folgen habt ihr mich vielleicht auch schon mit gehört. Jetzt seht ihr mich. Ich sehe brillant aus heute und wir sind hier... Brillant. Brillant. Ich sehe brillant aus. Besonders brillant aus. Bart ist gerade Kotzen, Kutschi ist rausgeflogen, also sind jetzt irgendwie nur fünf Leute im Spiel. Und wenn ihr denkt, dass es ein Spaß ist, dass der Kotzen ist... Der macht da vollkommen ernst. Kennt ihr, verstehen Sie Spaß? Alter, das ist ja ein richtiges Haus hier. Nee, ich verstehe kein Spaß. Aber ich habe das nie geschafft, Leute. Wir sehen wieder. Das ist ja ein richtiges Haus hier. Ich bin bei Max, der schießt mich bestrecht tot. Die Frage ist, warum... Also Flesch stand eben auch ganz lange rum, aber ich glaube, der war... Flesch. Das kann gar nicht sein, weil ich die ganze Zeit am rumlaufen bin. Ja, ja. Ich sehe dich da unten. Ich habe eine Granate auf mich geworfen. Auf mich? Auf dein Handy. Nee, ich habe nicht mehr auf mein Handy geguckt. Sterzig. Sterzig. Sterzig, schieß auf Leute. Ich habe auf Flesch geschossen. Warum? Warum? Sebastian. Weil der mir nicht gefällt. Mann, ja. Erstens, er gefällt mir nicht. Zweitens... Hey! Hä? Ich schieß nur, weil es dir nicht gefallen. Wie bin ich hier denn gelandet? So, Papo. Dich habe ich noch nicht gesehen. Sebastian, wieso arbeite ich die ganze Zeit in unserer Freundschaft, wenn du dann... Bereit. Du arbeitest an der Freundschaft. Ja. Du arbeitest an der Freund... Ja. Also, ihr arbeitet beide gar nicht, ihr seid irgendwie so ganz komische Internetfritzen. Sterzig, ich stehe hier unten. Du könntest jetzt schriechst. Ich arbeite dich. Internetfritzen. Ich bearbeite dich gleich. Ich bearbeite mich auch am Wochenende wieder, du. Ich arbeite immer hart. So. Hier ist ein Monopoly-Feld. Kann mal einer würfeln? Ich arbeite wie ein... Das ist ein Teppichkalle. Das ist ein Teppichkalle. Ich schwit... Nein, Quatsch. Warte. Alter, hier ist ein iPad. Boah, ich kann den Klebestreifen hochbrennen. Ein iPad. Hey, da ist jemand explodiert. Nee, ich habe hier auf das iPad geschossen. Du sagst das doch. Alter, da... Hey, was schmeißt... Schmeißt du ganz bunte Sachen von da oben? Oh, Kutscher, Borde... Wird mich keiner sehen. Wer ist denn das? Den muss ich jetzt töten, oder? Muss ich den töten? Der hat komische bunte Sachen geschmissen. Junge... Ja, aber was schmeißt du mit bunte Sachen? Hä? Aber die waren voll... Die haben's auch im Krieg. Wie? Wir sind ja auch im Krieg. Hier ist Kompulator. Leute, da hinten ist ein Buch mit Pädobär drauf. Oh, wir fahren mit der Bar. Alter, da ist Windows 7 auf dem Lab. Top. Lesk und Sterzig sind auf dem Schreibtisch. Alter, ihr fahrt da voll mit dem Weihnachtsmobil. Hä? Ich check nicht so ganz, was das sein soll. Also, Max wäre jetzt ein lustiger Zeitpunkt, mich runterzuschubsen. Stimmt, das ist schon mit dem Basie, Alter. Schön weit wegschmeißen, den Boy. Hä? Ah! Der wurde erschossen! Aber von wem? Max ist runtergefallen. Von was wurde der erschossen? Nein! Einer von dem Tisch hat ihn abgeschossen. Sterzig hat gerade ganz lange auf Fles gezielt. Oh! Sterzig töte Fles! Nee, 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 nee. Er hat da eine Sniper in der Hand. Guck! Der hat ihn gekillt. Sehr gut. Okay, gut. Ich habe gerade auf dich geschossen. Ich habe gerade auf dich geschossen. Äh... Er hat... Er hat auch von da Richtung... Aktion, Reaktion. Du weißt ja wie das Spiel funktioniert. Ja, ja, ja. Warum hast du eine Crowbahn an? Wer? Da liegt... Ich? Nee, nee, du nicht. Okay. Aber Papo liegt tot im... Im... Ich habe jetzt... Ich habe jetzt übrigens eine Grappling-Hook aufgehoben. Wo ist ein Bart eigentlich? Zeig, dass das ein Grappling-Hook ist. Warte. Kalle, Content. Einmal in die Mitte kommt. Ja, 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 ja. Ich sehe es. Alter, richtig... Wisst ihr eigentlich, wo ich bin? So. Nö. Seid ihr zu zweit... Nee, warte mal. Vielleicht ist das schon ein Traitor. Bart, lebst du noch? Haha. Beharrt mit Bart! Bart! Beharrt mit Bart! Beharrt mit Bart! Beharrt mit Bart! Ich glaube, er ist tot! Alter, was ist mit dir denn los, ey? Magst du alles in Ordnung? Bart, ich... Nimm seine Leiche! Einer läuft hier bei mir rum. Im Türmchen. Lego. Wenn ich gleich sterbe, ist es Bart oder Max oder Sterzig. Lego. So Leute, ich verstecke mich vor euch, ja? Versteck dich mal. Ich verstecke dich vor allem vom Sterling. Verstärk dich mal. Verstärk dich. Bart! 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 Was machst du bei dem iPad da? Hä? Ich laufe hier einfach nur rum. Kann man im iPad was bestellen? Ja, ja, ja. Du kannst auf Amazon. 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 Amazon, Amazon. Alter, kann ich hier hochlaufen? Walla! Bart! Das war ja richtig schlecht. Ich hatte halt nur eine Shotgun und es gab nirgends eine andere Waffe. Hä? Geh doch in den Traitor-Shop! Kalle! Ja, ich springe! Huh! Das Problem ist, ich habe im Traitor-Shop eine Eagle Gun gekauft. Hat die Stacheln oder was? Die harte Stacheln. Ja, aber die rollt sich zusammen, wenn man schießt. Voll witzig, du. Alter, Chris, du hast einfach für jede Situation den richtigen Joke am Start. Ey, das ist unfassbar, oder? Wow! Was macht dir das sonst der Hate? Das ist einfach ein Fußballspiel. Lass dir Fußball spielen, bitte. Hier ist ein Spielfeld. Ich hab mich ge-random-killed? Hallo! Du hattest nur einen persönlichen Groll auf mich. Bitte, 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 bevor jemand erschossen wird. Wo kann man Fußball spielen? Ich komme her und spielt mit mir Ball. Ja. Ja, okay. Ja, wo bist du denn? Hä? Ich bin nur sieben. Steinzeit. Ich will das... Aua! 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 Du hast mich so umgebro... Ey! Wer schießt? Wer schießt? Wer schießt? Ich war das nicht. Alter, ich hab eine ganz andere Waffe. Guck! Siehst du mal die Luft, Kutscher? Kutscher war's. Ja, das war ich leider. Ich wollte den Ball schießen. Aber du hast Hand of Blood richtig gewounded. Okay. Hier ist Kormulator. Er kommt. Wenn du verreisen wollen würdest. So, ich guck mir jetzt mal die anderen Zimmer an hier. Deutschland. Ähm... Okay. In Harz. Das ist dein Land. Richtig viele Granatas. Stimmt. Okay. Warte. Also, ich werde verfolgt von Papo. Nein, ich verfolge es nicht. Äh... Steinrudermeer. Ja, Steinrudermeer. Küsst mich einfach. Küsst dir dein Auge. Hier ist ein Macbook. Das ist natürlich besser als Windows 7. Ich schwöre, ich bin super auf Dates. Ich schwöre, ich bin super auf Dates. Ich schwöre, ich bin super auf Dates. Oh, kann man hier runter? Ja. Ich schwöre. Ich schwöre, ich bin super auf Dates. Also, ich bin mir immer noch nicht so... Ich mach Konversation, zahl Essen. Mach Konversation! Max, wenn du mich, wenn du mich würdest, gerne mal daten. Ja. Philipp, wir können gerne mal auf dem Weizen date. Ich mach Konservations heute. Yippie! Hanno, sterz! Achtung! Sterzig! Hanno, sterzig! Papo, Hanno, sterzig! Hanno! 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 So, was passiert hier eigentlich? Sterzig, 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 sterzig. So, ich glaub, die sind alle immer in den Windows 7 Zimmer hier, ne? Max, was machst du da eigentlich? Ich versuch, mich zu treffen. Oh! Oben wurde einer richtig weggemacht! Das hab ich auch gesehen! Äh... Nein! Auf dem Regal! 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 Im Büro! Oh my goodness. Geh da mal hin, das ist bestimmt sicher. Und sie ist tot. Max, was machen Sie da mit dem Bogen in der Hand? Ich hab Schiedigung gemacht. Bart ist richtig am Suchen. Bart hat mich gefunden. Wenn ich sterbe, ist es Bart. Ah! Hat Bart jetzt gerade jemand weggemacht oder nicht? Ich weiß auch nicht, ob Max redet generell nicht mehr so viel. Ja, der hat irgendwie keinen Bock mehr. Ich glaub, der muss kotzen. Ey! Ich werde beschossen von, äh, äh, Sterbart! Bart, 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 Bart! Von Sterbart! Sterbart! Ich kann ihn nicht töten. Was? Er hat sich wirklich wegteleportiert. Oh mein goodness. Ich hab nur noch 53 Leben. Bruder. Der ist da, glaub ich, auf dem... Kann man hier markieren oder was? Ja. Der ist auf 340 Süd. Oh. In diesem Klötzchenhaus. Hanno Blatt bei dir in der Nähe. Pass auf, hinter dir. Ah, in diesem kleinen Klötzchen-Ding, da war eben was. Pappus oben. Ah, das leuchtet. Äh, hinter dir ist wer! Ah! Nein! Nein! Oh mein Gott! Ich werde sterben! Bart hab ich gehauen! Ah! Der schießt nicht an. Hallo. Ich, ich bin's. Der Mann mit der Gun. Der schießt nicht an. Mit der Gun! Ja, ja, ja. Ist das ein Teleporter? Oder ist das Unsichtbarkeit? Das ist der Blink 182. Alter, kannst du auch einen Blink 360 machen? Oder... Bist du totbar? Der Zickpapusch, der Zickpap... Also dann ist Max der andere, ja? Nein, nein. Ah! Doch! Du bist der Porngun, Mann! Du bist der Porngun, Mann! Aua! Alter, ich hatte keine Muni mehr, sonst hätte ich Bart so weggefistet. Hast du Teleporter gespielt, das Handy? Bart? Äh, ich hab mit dem Blink gespielt. Ja, Teleporter, dieses Handy, ne? Ich bin der Telefon, Mann. Ich geh ans Telefon ran. Das ist so ein... Das ist so ein Pfeilsymbol. Das ist aus Dishonored, glaub ich, aus dem Spiel. Bevor die Leute jetzt wieder sagen, die kennen ja gar nix. Hä, die kennen ja gar nix. Das ist so ein Pfeilsymbol. Und der Medling hätte ich nur aus World of Warcraft, Junge. Ach Mann, ich bin schon wieder Inno. Ich bin immer Inno. Wenn ich jemals hier ne Folge hab, dann werd ich nie Treter. Vlad, die sehste in der Aufnahme, du kommst jetzt sofort wieder ins Spiel. Oh, ich wusste nicht, dass die Runde schon... Äh, wieder am Handy, ne? Oh, Mann. Oh, Mann. Jemand musste Wieland-Part übernehmen. Oh, Mann. Du musst wieder arbeiten, oder wie? Ne, wenn du Wieland sein möchtest, dann brauchst du noch ne Chipstüte. Ja. Ne Chipstüte. Au! Und ne Mutter. Er gab nen Strafschuss. Und ne Mutter. Ich geb dir gleich den Strafschuss in deine Hoden. Einen Strafschuss. Ich will voll gern mal mit diesem Shifter fahren, du. Nicht schlecht. Allein, man kann hier rausgehen? Echt? Wie man kann rausgehen? Ist du dumm? Aus dem... Ich wusste nicht, dass man hier hin kann. Ja? Ja, aber die Räume sind scheiße. Der andere Raum ist wirklich kacke. Ich will mal hier mit dem Boot fahren. Du kannst doch von der Treppe springen, ne? Papu will mich gleich töten vielleicht? Ja, ich komm mit. Ich komm mit und dann töte ich dich im Boot. Das find ich gut. Also, wenn ich gleich nichts mehr sage... Im Boot. Hier ist doch grad schon wer explodiert. Ich hab's doch gehört. Ja, da explodiert einiges, du. Warte, hör das da oben. Ich. Achtung, ich töte dich gleich. Wie lange brauchen das Auto, bis es wieder hier ist, du? Hör mal. Scheiße. Jetzt. Oh, da kommt noch einer. Ja, DJ Kutschka. Kutschi. Moin. DJ Gogo, Leute. DJ Gogo. Servus. Kaffee. Da ist ein Apple-Logo drauf. Grazie. Eine schöne Textur hat dieser PC-Laptop. Ja, jetzt Apple-Lose hier. Ey, das ist Windows. Windows 7. Warum verfolgst du mich? So, wer fährt jetzt hier mit im Auto oder? Warum verfolgst du mich? Leute, ich bin fast tot. Max hat mich auf 26 HP runtergeschossen. Nein, Kalle. Was? Oh, Sterzek war ein Treter. Wollte ich ein bisschen Zeit mit dir verbringen? Was ist mit dieser Katze? Nein, will ich aber nicht. Ey, warum denn? Warte mal, überlebe ich das? Habt ihr schon mal eine Katze getötet? Nein. Was? Was? Krasse Frage. Gerne mehr davon. Ich habe mal einen Känguru überfahren. Ich muss einen Känguru überfahren. Oh. Du musst einen Känguru überfahren. Ja. Was war das größte Tier, was ihr jemals getötet habt? Känguru. Voll stolz. Ihr? Alter. Interessante Frage. Oh, ich dachte gerade, ich sterbe. Ich glaube, bei mir... Sterzek war Treter. Ja, ja. Ich glaube, bei mir war das wirklich eine Fliege oder so eine... Ich denke, bei mir auch tatsächlich. Also so aktiv selber, so durch Fleischkonsum natürlich. Äh, Sterzek wurde gerade getötet? Nee, nee. Sterzek war Treter. Nee, nee. Aber ich habe mal so einen richtig dicken Brummer getötet. Alter, was ist da denn vorbeigeflogen? Vogel oder was? War locker so eine Masse oder sowas. Dann wurde... Aber von wo wurde der getötet? Vielleicht sogar eine Spinne. Vielleicht sogar eine Spinne. Vielleicht sogar eine Spinne. Vielleicht sogar eine Spinne. Ich glaube, auch eine Spinne. Ja. In welchem Raum bist du? Ich habe halt Angst vor Spinnen, das ist mein Problem. Ja, mit dem roten Bett. Echt? Ja, ja, übel. So richtig Panik oder nur so Angst? Nee, also ich kriege da so richtig Schweißausbrüche. Ja, okay. Ja, meine Schwester hatte das früher auch. Ich glaube, bei mir war das größte eine Kuh. Eine Kuh? Schön umgetreten und dann nochmal drauf. Bastard Viech. Schönen Body Slam. Einfach eine Bugpfeile. Ein Frog Splash vom Baumbrunner. Auf die Kuh. Ich glaube, das ist Schmerz. Du bist so ein Kübel motiviert. Du bist so ein Kübel motiviert. Siehst du noch so ein Wrestling? So, jetzt passiert das Viech. Schön Wrestling mit den Kühen, ey. Und die machen nur so Mu und dann machen die Kühe so Tag Team. Die Kühe machen Tag Team, klatschen so ab. Äh, du hast auf mich geschossen, ne? Nein. Doch, hier. End of Blood. Ne, ne, Max schießt nur daneben. Alles gut. Also ich sag mal so. Da oben. Oh, kann ich da mitfahren? Ja, gerne. Nö. Ey, wo ist ein Papu? Oh! Ich bin. Ich kann doch neben mir. Ey, neben dir ist ein Engel ges- Oh, oh! Der Engel, den muss man angucken. Hallo? Der Engel ist weg. Ist der andere gestorben oder was? Max soll da richtig weg jetzt zut. Alter, was ist denn das da oben? Papu, ich hau dir aus dem Maul. Oh, ja richtig viele Tonnen. Boom! Geil, ey. Wer ist das hier? Ehre. Warte, were you a traitor? Wie viele Traitor gibt's denn? Nee, warte mal, ich bin dumm. Kalle, wer ist denn da? Ich mach hier mal. Warte mal, okay, du bist der Letzte. Das heißt, wenn ich dich töte, bist du tot. Das ist richtig, aber warte mal. Jetzt, Kalle, mal ohne Shirt, bist du Traitor? Das ist echt, verarsch mich nicht. Du hast doch gerade hier richtige Sachen gemacht. Das mit dem Engel hab ich nicht so ganz verstanden. Kalle, Kalle, nein, jetzt hör mal auf. Bist du Traitor oder bist du Inno? Ich labere mir keinen Keks ins Gesicht, Alter. Kalle, ich sag's jetzt nur noch einmal. Kommt dir gleich ein orbitaler Streik in mein Gesicht, Alter. Nein, von mir kommt gar nix, weil ich bin Inno. Nein, kannst du nicht. Doch. Nein. Das heißt, irgendwer ist noch am Leben. Also ich sag mal so, Papu, wenn ich dich seh, bist du tot. Okay, dann bist du aber danach im einzigen Einstieg. Gegen den Traitor wahrscheinlich. Also ich hab noch gerade gesehen, wie Kutschi hier runtergefallen ist. Und irgendjemand hat aus, also unter mir, also da quasi, Ja, du musst es sein. Nee, ich bin's halt legit nicht. Warte mal, Hand of Blood lebt noch? Oh ja, ja, dann ist es Max. Gut. Ach, ihr habt euch so verkabelt und dann seid ihr beide jetzt und sucht mich. Nee, ich bin's nicht. Legit nicht. Ich muss eigentlich... Oh, das bist du, okay. Ich hab, ich hab, ich hab. Okay. Also, weil du vertraust mir wahrscheinlich nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Max es ist. Die Frage ist, wo ist er? Er hat es noch irgendwen zum Traitor gemacht. Okay. Wie viele Leute noch leben, will ich wissen. Äh, du, ich, Max. Papu. Ja, ich seh das, aber eigentlich stimmt das ja wieder nicht. Wieso lebt der denn? Oder hat der so ein zweites Leben, hat sich wegteleportiert oder was oder wie? Ja, irgendein... Ah! Wo, wo, wo? Ich weiß nicht, was dir passiert ist, aber... Bist du aua oder nicht? Nee, ich bin auch gesund. Bist du aua? Alter, ich bin so ein... Oh, ich werde angegriffen, aua. Von wo, von wo? Ich werde wahrscheinlich von der anderen Seite... Nee, da, da bin ich... Ich hör von dir keine Schüsse, von daher kann das... Ja, dann hast du mich... Ey, du, entweder mindgamesst du mich aus dem Leben oder... Ich mindgame dich komplett aus dem Leben, Kalle. Nein, natürlich nicht. Hast du mal die letzten Freunde gesehen? Weben hier die ganze Zeit Waffen in der Luft, das macht mich auch fickig. Ich trau euch allen nicht. Ich hab Angst um mein Leben. Also, Kalle, ich kann dir eins sagen. Es ist Max. Es ist und muss Max sein. Ja. Selbst, dass du den jetzt aufgedeckt hast, erklärt es nicht. Aber ich weiß, du bist neu in diesem Spiel. Ja, ja. Ihr denkt alle, ich bin dumm wie Brot. Das ist in Ordnung. Ich denke nur, du bist nicht so erfahren wie die Veteranen. Argus, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Ah, ein Veteran. Max, suchst du mich eigentlich gerade? Oh, Scherzigleben noch. Okay, nochmal. Scheiße. Hä? Aber warum wurde Max noch als Leben... Ach, ihr habt den Reboot. Scherzig, Paa. Ja. Leider habt ihr euch nicht gegenseitig gepusht. Weil, wollt ihr jetzt die ganze Zeit einfach weg voneinander bleiben. Sonst hätte ich euch einfach... Aber lebt Max auch. Da hast du den aus Frost getötet. Ey, ich habe gar nicht gereiht. Wo stört sich jetzt auf einmal wieder. Ich reize überhaupt nicht. Das muss ich mir gleich mal kurz erklären lassen. Also, ihr habt es vielleicht gereiht. Das ist gut. Aber... Hast du auch Token-Stacks? Aber ich werde dich trotzdem finden. Ah! Wie? Ei, ei, ei. Nein, nein, nein. Wuuuuh! Oh, ist das fair. Ich bin hier drüben safe. Ich renne nochmal rüber, weil ich... No risk, no life. Wait a minute. Who the heck are you anyway? Oh. Ist das gerade irgendwo Raum? Hm? Ah! Genau so. Das ist mein Mega-Mind-Game. Was für ein Mind-Game? Das Gameplay des Koens, Alter. Ich war fast da. Will noch jemand was sagen oder war das jetzt? Ich hab gar nicht mehr schreit, wo du bist. Danke, dass die Kalle Glocke gedrückt hat. Ja, er drückt Glocken und alles nicht auf die Tube. Das Ding ist, ich hab nicht verstanden, wo Sterzig auf einmal war. Ich hab das nicht gereiht. Ich hab's überhaupt nicht gereiht. Egal. Bei mir? Bis zum nächsten Mal. Vielleicht bin ich nochmal mit dabei, wer weiß das schon. Tschüssi Kowski, haut rein, bis bald. Adieu, Monsieur und Tschüssi. Tschüssi.